So, dann fangen wir mal an. Hätte nicht gedacht, dass ich es jetzt so schnell tun soll, aber da war ja wie lange noch gewartet. Und so fängt sie an. Geschichte von Onkel Woi. Servus Leute. Ja, ihr habt gerade eben gesehen, den Anfang von meinem Einjahres-Special. Ja, The Onkel Wolf, den gibt es jetzt schon seit einem Jahr hier auf YouTube mit Let's Plays und so weiter. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Ja, logisch finde ich es geil, ich bin ja auch The Onkel Wolf. Aber nun gut, was habe ich mir ausgedacht für dieses Einjahres-Special? Nämlich, ich habe ein bisschen Hunger überlegt, was könnte ich machen, was könnte ich machen. Habe so ein bisschen auf meinen YouTube-Kanal gespechtelt, also rumgeguckt. Und da dachte ich mir so, die ersten paar Videos sind noch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Nämlich werde ich etwas machen, das nennt sich Project Replay. Okay, da werde ich so ziemlich alle Projekte, die ich damals mit meiner originalen Sprechweise aufgenommen habe, die werde ich replayen. Ich habe mir hier eine kleine Liste zusammengeschrieben von meinen Projekten, die ich damals noch so aufgenommen habe, wie ich normalerweise spreche und nicht so wie jetzt. Nämlich die Projekte wären, also die Projekte, die von mir replayt werden, sind einmal Mega Man 3, Super Marissa Land, die Game Boy Turtles-Spiele, also Turtles Fall of the Foot Clan, Back to the Servers und Radical Rescue, also Turtles 1, 2 und 3, dann Madfather, Mega Man 5, Battle Bull und Mega Man Zero. Projekte, die ich nicht replayen werde, sind einmal Pokémon Kristall, weil es einfach zu lange dauert, und einmal Papyrus. Das dauert zwar nicht zu lange, aber da hatte ich nur, ich glaube, vier oder fünf Videos, oder sieben, ich weiß jetzt nicht genau, und den Rest hatte ich schon so, also doch etwas mehr von meiner jetzigen Sprechweise. Und bei Mega Man Zero ist das eben nicht der Fall gewesen, deswegen wird Mega Man Zero von mir auch replayt. Wie habe ich mir das vorgestellt? Mega Man 3 wird wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss hier kommen. Das liegt daran, dass ich das hier jetzt vormache, bevor ich das Spiel aufnehme. Also Mega Man 3 wird jetzt hier wahrscheinlich im Anschluss kommen. Bei Super Mercer Land, da habe ich damals die extra Stages nicht geschafft. Da werde ich mich daran setzen, und werde dieses Mal versuchen, sie auch wirklich zu schaffen. Außer ich hänge komplett fest, und schaffe es überhaupt nicht, dann nicht. Die Turtles-Spiele werde ich wahrscheinlich ganz normal durchspielen, genauso wie Madfather. Bei Mega Man 5 werde ich vielleicht einen Buster-Only-One machen, das weiß ich nicht genau. Bei Mega Man 3 werde ich es auf jeden Fall versuchen. Mega Man Zero, da muss ich mir noch überlegen, entweder ich mache es ohne Schwächen, oder ich mache es ohne Elfen einzusetzen. Aber ich glaube eher, ich werde Elfen einsetzen und benutze dafür keine Schwächen. Also Blitz, Eis und Feuer. Da werde ich die Schwächen zwar holen, damit ich die Stages alle machen kann, und damit wir auch alles sehen, aber ansonsten werde ich sie nicht in den Bosskämpfen einsetzen. Und Battle Bull werde ich wahrscheinlich auch ganz normal durchspielen. So sieht mein Plan aus für das Einjahres-Special. Und wie gesagt, wahrscheinlich wird jetzt hier noch Mega Man 3 im Anschluss kommen, denn ich habe mich jetzt extra mit Nintendo in Verbindung gesetzt, damit ich das ja, damit ich das wirklich hochladen darf, damit ich auch eine schriftliche Erlaubnis von dem bekomme. Ich habe es soeben abgeschickt, ich muss die Antwort nur noch abwarten. Ich hoffe einfach mal, dass es genügt, weil dieses Video hier ist noch nicht am 12. gemacht, sondern erst am 2.5. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder bei Mega Man 3. Und da sind wir auch schon bei Mega Man. Mega Man 3. Meinen ersten Let's Play, beziehungsweise mein erstes Replay jetzt von meinem ersten Let's Play. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Natürlich mit den Gegner, mit denen ich immer anfange. Niedermann. Das ist ja fast schon mein Wahrzeichen, oder fast schon mein Wahrzeichen, dass ich immer mit ihnen anfange. Und es gibt natürlich ein kleines Problem wieder. Ich muss dieses Video nochmal machen, weil ich hatte Mega Man 3 schon... Scheiße, das ist bei mir erst mal nicht passiert. Ich hatte Mega Man 3 schon aufgenommen, hatte aber dann leichte Halsprobleme von den ganzen Reben. Also, so lange durchgesprochen habe ich bisher noch nicht so lange. Aber daran soll es nicht liegen, denn ich war eigentlich schon ziemlich weit kurz vor Ende des Spiels, und dann ist die Aufnahme zu Bruch gegangen. Oh, Leben! Das fängt geil an! Äh, ja, die Aufnahme ist zu Bruch gegangen, das heißt, ich kann jetzt alles nochmal machen. Macht aber nichts, da Mega Man 3 für mich kein Blind Run ist, und ich generell eigentlich ganz gut in dem Spiel bin. Aber nun gut, lassen wir mal. Lassen wir das mal, weil ihr könnt ja selber entscheiden, ob ich gut in diesem Spiel bin oder nicht. Auf jeden Fall weiß ich, was für einen Skill ich habe. Und ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, und wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr mich ja abonnieren. Kostenlos natürlich. Das kostet nichts, auf den Abo-Knopf zu drücken. Boah, jetzt habe ich es wieder geschafft. Ja, das kostet nichts, und wenn ihr euch die Videos dann anguckt, das kostet auch nichts, weil ich habe bei mir Abo und so weiter alles auf kostenlos gestellt, weil, äh, später erst irgendwann mal, vielleicht werde ich das umstellen, ich weiß auch nicht, zuerst mal möglich, Abos haben. Also, generell, damit die Zuschauerzahl sich vergrößert, damit ich auch, äh, ein bisschen mehr Raum habe, z.B. für eventuelle Let's Play Together Partners oder so, denn ich unterstütze ja auch andere YouTuber, wie der Versuch ist zumindest. So, und wir haben euch nicht mal richtig gelabert, weil, äh, weil, äh, so, ah, dieser Gegner ist, Scheiße, ja, Scheiße ist er für viele Leute, aber, dieser Gegner ist nicht leicht, wollte ich sagen, vor allem, wenn ich so eine Scheiße mache, Wann, ich stelle mich an. Man merkt es natürlich, wie ist denn der da durchgekommen? Mann, warum stelle ich mich so dumm an? Oh, bin ich dumm, ich lasse mich von allen treffen. Aber, naja, er sollte trotzdem magbar sein, zumindest mit dieser Technik, wie ich es verwende, weil man ihn so immer, fast immer treffen kann. So, Needle Mine ist der erste auf der Liste. Abgehakt. Also, ich habe sowieso schon im Video davor, da wollte ich fast schon sagen, nee, für mich ist das das Video davor, weil ich, weil ich das andere Video, also, die erklären und so weiter, das ist für mich ein extra Video, das packe ich aber vor diesem hier. Dieses Spiel hier wird am Stück durchgespielt, wahrscheinlich passt der Only One und so wenig Rush wie möglich. Also, ich werde keinerlei Waffen gegen die Gegner einsetzen, aber ich werde die Waffen trotzdem mal zeigen und etwas versuchen zu im Spiel zu erklären. So, wir haben jetzt Needleman besiegt, also hier, Needle Cannon und wenn man ein bisschen zum Rand steht, kann man so unendlich lange schießen, deswegen mag ich diese Waffe, das ist meine Lieblingswaffe von allen Megaman Waffen, die es gibt. So, und natürlich werde ich, ich habe mir schon überlegt, auch, wie ich die Bosskämpfe machen werde, die Bossreihenfolge vielmehr. Nämlich werde ich die Gegner genau so nehmen, au, au, nämlich werde ich die Bosse genau in dieser Reihenfolge nehmen, wie die Waffen, gegen denen gut, gegen die sie schwach sind. Wow. Das heißt jetzt natürlich Snakeman, weil, äh, Snakeman hat eine Schwäche gegen Needleman. Oh Mann. Oh, danke. Oh, das war gut. Gehen wir gleich mal weiter. Weiter. Ja, mein Heiß ist immer noch ein bisschen schlecht, aber egal. Das soll mich nicht. Oh Mann. Okay, heute ist mein Skill irgendwie echt scheiße. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Ja, geh du mal weiter. Leben. Nö, natürlich nicht. Ich dachte, wenn ich es beschreibe, kommt dann ein Leben. Ich werde natürlich, äh, so sehr es irgend möglich geht, einen Buster-Only-One versuchen, denn dieses Spiel kann man nicht komplett Buster-Only machen, oder schaffen vielmehr. Ja, ich danke. Weil es gibt da einige Stellen, wo man wirklich auf andere Waffen angewiesen ist. Und ja, so wenig Rush wie möglich einsetzen, also, es gibt natürlich auch einige Stellen, wo man Rush einsetzen muss, weil anders kommt man dann nicht weiter. Aber nun, das war dumm, aber nun gut, ich werde trotzdem versuchen, dieses Spiel herausfordernd zu machen. Und, äh, ich habe es natürlich schon mal getestet, also in der Aufnahme von, keine Ahnung, wann, die dann leider nicht mehr ging. Da habe ich den Buster-Only-One getestet, bis zu einer Stelle. Und die, sorry. Und diese Stelle ist natürlich, wow, das war ein Leben geil. Und ja, ich weiß, dass dieses Spiel im Buster-Only-One-Modus sehr, sehr schwer ist. natürlich nicht unmöglich, für gekonnte Spieler, wie ich zum Beispiel einer bin, ist das natürlich eine schöne Herausforderung. Ich würde natürlich versuchen, dieses Spiel am Stück aufzunehmen, weil, ihr wisst ja, manchmal meine Situation, meine Familienverhältnisse und diese Teile hier, wenn man hier, ich springe deswegen immer in die Luft, weil wenn man hier stehen bleibt, dann kann es durchaus sein, dass sie euch durch einen Glitch unterstoßen. so. So, jetzt sind wir bei Snakeman. Snakeman. Meiner Meinung nach der normal, oh, scheiße, der normalste und humanste Gegner, weil er ist der einzige, der Robot-Master, der ganz normal läuft und sich nicht im Springen fortbewegt. und so lange seine Schlangen überall herumlaufen, kann er keine neuen schießen. Das ist das Gute an der Sache. Natürlich kann es sein, dass sein Schwanzhacken uns erwischt, also sein, sein Schwanzhacken, sein Schlangenschwanz, meine ich. Und der macht dann nicht sehr wenig Schaden, aber nur gut. So. Da ist er nochmal schön ausgewicht und Snakeman, aber trotzdem hat er keine Chance. Ich weiß, dass ihr irgendwelche schlampernde Geräusche hört, ja, die Hunde sind bei mir. Wie jedes Mal. Also nicht jedes Mal, aber oft. So. You've got Search Snake. Diese Musik, sie ist so episch. So, nächster Gegner. Germany Man. Oh, Capcom. Geil. Diese Musik. So, Germany Man. Stage gefällt mir überhaupt nicht, weil ich diese Stage nicht mag. Ich weiß auch nicht, warum ich finde die Musik und die Atmosphäre hier ziemlich scheiße. Und wenn mir einmal die Musik in einem Spiel nicht gefällt, gefällt mir das ganze Spiel nicht mehr. Das ist bei mir nun mal so. Und für mich bedeutet Video Game Musik mehr als nur große Musik. denn für mich repräsentiert sie das Spiel. Und das hat Mega Man in mehr als nur ein Fall richtig gemacht. Ah, habt ihr keine Chance oder was? Ja, au. Ich und meine Überheblichkeit ist jedes Mal dasselbe. Ich bin so scheiß überheblich. Auch im wahren Leben. Oh, wer treibt denn da? Oh, wer bist du denn? Äh, ja, das hier ist Protoman. Das ist der Bruder von Mega Man. Ich weiß jetzt allerdings nicht ob Dr. Wily oder Dr. Light Wow, danke! Ob Dr. Wily oder Dr. Light Protoman gemacht haben. Hm, da hätte ich vielleicht zuerst hochgehen sollen. Hm, dann so wird das jetzt schwer. Ne, doch, ist möglich. Also, so wenig Rush wie möglich einsetzen. Dann ist das Spiel noch eine größere Herausforderung. So, und jetzt kann ich mich ganz normal durchballern hier. Macht überhaupt nichts aus. Ich fange nicht, wie lange ich mit diesem Wow, noch ein Leben! Geil! Ich fange nicht, wie lange ich mit diesem Let's Play hier brauchen werde. Weil ich habe natürlich auch schon ein Longplay gemacht für das Zockersofa. Da habe ich fast 55 Minuten gebraucht, äh, für 54 und 49 und 49 Sekunden um ehrlich zu sein. Naja, dieses Teil ist ganz übel, weil der kommt unterhalb. Wow, Nockeling, was ist denn jetzt kaputt? Moment mal. Hohoho! Also echt mal, habe ich ein Glück heute. Das muss ich ausnutzen. Ah, falsche Rechte beschossen. So, und weiter. Und man hier das Ein-Jahres-Special geht ja schon richtig ab. Lieber wäre es mir, wenn es das 100-App-Special wäre, aber ich habe noch keine 100-Aumenten. Und hier, ich kann zwar hoch springen, aber komme ich nicht weiter ohne Rush. Da kann man natürlich auch eine Rush-Marine verwenden, die wir noch bekommen werden. Und da unten alles einsacken, was da rumliegt. Das Problem ist, so wenig Rush wie möglich, also kann ich auch den E-Tank da unten vergessen. Fuck. Ja, diese Gegner sind, mach mal da oben, und du schießt da unten, okay. Hier muss man ein bisschen trickhaft zu Werke gehen, sonst ist man hier schnell Game Over. So, aber diesen E-Tank kann ich mir holen. So, jetzt kann er her. Ja, ich habe mir eben gedacht, ein bisschen Lebensenergie wäre geil, aber nun gut. Jetzt kann ich noch so ein Hüpfe-Teil und dann war es das. Und jetzt kann ich mal demonstrieren, was die Waffe macht. Diese hier, Search Snake. Blop, Blop, die kriecht am Boden entlang. Die kriecht am... Scheiße, die kriecht am Boden entlang. Ja, okay. Gemini-Mine-Buster-Only ist etwas schwer. Hier muss man ziemlich viel Konzentration... Scheiße. Hier muss man ziemlich viel Konzentration spielen lassen und wissen, was man wann tut. Scheiße. Okay, abwarten. Nur nichts überstürzen. Ja, so kann man Gemini-Mine-Buster... Oh, das war geil. So kann man Gemini-Mine-Buster-Only gut besiegen, aber er springt auf. Immer nur dann, wenn wir schießen. Ja, ja, gut gemacht. Beim anderen Durchgang bin ich bei Gemini-Mine-Mine-Buster-Musik einmal verreckt. Aber das macht ja nichts. Und irgendwie haue ich die ganze Zeit in meinem Headset, aber ich hoffe, es hört man nichts. So, nächste Waffe, nächster Gegner, K.O. Drei tot, bleiben fünf übrig. So, man merkt natürlich, ich werde es natürlich auch erklären, Gemini-Mans Waffe wäre jetzt gut gegen Needle-Man, also Needle-Man gut gegen Snake-Man, Snake-Man gut gegen Gemini-Man, Gemini-Man gut gegen Needle-Man, also ist das ein Kreislauf, das heißt diese fünf Kollegen hier bilden den anderen Kreislauf, ja, und mit wem fange ich ihn an, mit, ja mit wem bloß, Sparkman, ja diese Musik ist so episch, ist so geil, also Capcom, mwah, allein für die Mega-Mans Spiele, aber man merkt schon wieder, dass ich zu viel habe, weil wenn ich viel rede, dann muss ich mich viel räuspern und viel husten, das ist leider der Nachteil bei mir, weil dadurch bin ich eigentlich ein absoluter Anti-Let's Player, weil genau Husten und so weiter darf einem Let's Player eigentlich nicht passieren, eigentlich, aber ich bin sowieso generell ein bisschen anders, und hier diese Teile, die gehen nach oben, die kann man dann natürlich auch austricksen, indem man alles mit Rush, Chat, Shit, ich habe mich daran festgehalten, daher schaffe ich es normalerweise auch durchzukommen, ohne Schaden zu bekommen, aber irgendwie stelle ich mich heute jetzt gerade doof an, jawoll, Lebensanergie, genau so sehe ich das gerne, und jetzt fallen wir einen ewig langen dunklen Schacht hinunter, ja diese Musik ist echt geil, also ich kann es nur lobend erwähnen, Megaman, ok, da gibt es natürlich einen kleinen Trick, wie man das, nämlich so, man lässt sich da einmal kurz treffen, jetzt da noch einmal so, und man kommt rüber. Früher habe ich da immer gerne den Rush-Chat verwendet, aber es ist immer klüger, das ist mir dann erstmal nicht passiert, aber es ist immer klüger, sich zuerst treffen zu lassen, und erst dann in die Stacheln zu geraten, weil dann töten einen die Stacheln nichts, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mehr als genug Leben, also guckt euch das an. Acht Leben mit Reserve Null, und ja, ich nenne das Reserve Null, nicht noch ein Leben, oder eben, keine Ahnung, wie es die anderen Leute verwenden, sagen. Das wenig Rush-Einsetzen habe ich mir selber auch noch aufgebürgt, damit das Spiel noch eine größere Herausforderung wird. Ok, einmal da treffen wir es, und jetzt schnell rüber. Genauso sollte es normalerweise sein, dich locke ich mal her, in der Hoffnung, dass du mir vielleicht noch etwas Lebensenergie gibst. Ne, natürlich nicht, wenn man sie braucht. Ist alles vorbei. So, Sparkman. Sparkman hat die Schwäche von Shadowman. Also, Shadowman ist die Waffe gegen Sparkman. Oh nein, ausgerechnet da bleibt er stehen. Das ist die dümmste Position, weil da kann ich kein Dauerfeuer machen. Ja, das ist eine gute Position, denn wenn man sich zuerst von den Kleinen treffen lässt, dann trifft das Große nicht mehr. Das ist ein riesen Vorteil in diesem Kampf. Dadurch kann man einfach draufhalten und ihn töten. You've got Spark-Shock. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, was der Germany-Leser macht. Aber kommt schon noch. So, man heißt die ganze Zeit Magnet-Man. Ich glaube, ich schenke mir nachher ein Getränk ein, weil es geht so nicht weiter. So, natürlich Magnet-Man oder Magnet-Man, wie ich ihn ja nenne. Weil Megaman 3 habe ich damals noch als Kind gespielt und damals konnte man eben kein Englisch. Und deswegen haben wir die Leute alle so genannt, wie wir sie gelesen haben. Wie zum Beispiel Shadowman haben wir Shadowman genannt. Und hier sieht man natürlich Protoman, der gegen uns kämpfen will. Es gibt eine leichte Technik, gegen Protoman zu gewinnen. Nämlich bräuchte man dafür die Niedelkernen. Nämlich, äh, das kann ich euch gleich mal demonstrieren. Wenn man hinter, also ihr seht ja das hier, wenn man jetzt hinter Protoman steht und die ganze Zeit so in seinen Rhythmus mitspringt, dann trifft jeder Nadel, wenn man Glück hat. Und das kann Protoman sehr schnell töten, weil das ist um vieles schneller, als wenn man das so macht. Und, oh, da sind noch zwei. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was der Spark Shop macht. Ja, er paralysiert die Gegner. So ähnlich wie eine Dollarwelle. Ja, wie eine Dollarwelle. Wie eine Donnerwelle im Pokémon. So in etwa kann man das vergleichen. Und ja, ich habe gesagt, ich mache Basta Univan, aber so ein bisschen Waffen demonstrieren werde ich schon. Und hier kommen wir schon zu etwas, was viele Leute hassen. Ich allerdings nicht, weil ich mag die erscheinenden Blöcke, weil ich sie irgendwie leicht finde. Viele Leute hassen sie. Aber ich habe so oft mit erscheinenden Blöcken gespielt. Ich habe mit erscheinenden Blöcken gespielt, genau. So, das sind wie Legosteine, nur erscheinen sie manchmal und dann verschwinden sie wieder. Nein, ich habe so oft mit erscheinenden Blöcken gerungen, wie auch immer, keine Ahnung. Also ich habe sie so oft geübt, bis ich sie dann eben richtig, richtig gut konnte. Ungefähr so wie bei Needleman. Nein, ich wollte verhindern, dass ihr mich trifft, aber egal. Gut, Magnetman. Oder Magnetmann. Bei diesem Gegner, der ist, ja, er springt nach oben und schießt Magneten. Und natürlich hatte ich auch hier sein Magnetschiff, vielleicht gelingt es mir heute. Ja, so kann man es unterbrechen, aber rechtzeitig dann wegkommen ist auch eine Sache mehr. Ich lasse das. So, Magnetman verliert genauso wie, äh, also dieser Gegner hier und Totman sind die einzigen, die durch den Megamansschuss zwei Striche verlieren. Wow, hier seht ihr. Ja, weil, äh, natürlich, Magnetmann hat eine Schwäche gegen Sparkman, also elektriziert gegen ein Magnet, dann ist der Magnet kaputt. Aber er hat auch eine Schwäche gegen Shadowman. Weil, äh, keine Ahnung, er hat eben zwei Schwächen. Wir haben es gar nicht mit mir sagen. So, man hört vielleicht, dass ich mir ein Getränk einschenke, weil, äh, ich habe natürlich von meinem letzten Durchlauf gemerkt, dass mein Hals ziemlich im Eimer sein kann, wenn ich hier die ganze Zeit so durch spreche. So, kurzen Schluck. Nächster Gegner. Hard man. Ich hoffe einfach mal, ich werde mit diesem Let's Play hier fertig, bevor meine Familie nach Hause kommt, weil, äh, ich bin gerade so schön allein und da ist das natürlich perfekt. Weil ansonsten bekomme ich immer nur Störungen und so, ich habe extra mein Handy auf lautlos. ähm, ähm, gemacht, damit ich nicht gestört werde, denn das, das passt beim Einjahrespecial nicht. Ja, da habt ihr schon gesehen, diese Teile sind echt lustig, da muss ich euch später auch noch was dazu zeigen. Und wie ihr natürlich auch gemerkt habt, kann man hier einige Gegner ziemlich glitschen. Weil zum Beispiel die Bienen, oder ich auch, oder ich kann euch noch was anderes demonstrieren, wenn es mir möglich ist. Also hier in dieser Stage wird es mir nicht möglich sein, aber ich will euch einfach mal etwas zeigen. Ich brauche jetzt nur, ja, hier zum Beispiel. Nämlich, ich gehe jetzt hier auf Sparkman und dann auf rechts. Was ist denn das? Ja, jetzt haben wir es aufgeladen. Also, es ist nicht dieser Rush und nicht dieser. Das ist so ein netter Glitch. Wenn man, wenn ich jetzt hier Wasser hätte, so in der Gemini Man Stage, dann könnte ich, äh, jetzt die Rush Marine aktivieren. Und dann, wenn ich sie einmal verbrauchen würde, auch wenn es nur ein Strich wäre, wäre sie in der nächsten Welt, also wenn ich dann in die nächste Welt gehen würde, freigeschalten. Äh, ja, springt nach unten. Nein, er verfolgt mich! Ich dachte, er springt runter. Na gut, äh, ja, dann wäre er in der nächsten Welt, die Rush Marine freigeschalten, obwohl wir noch gar nicht den Gegner besiegt haben, von dem wir sie bekommen. Das ist so ein netter Glitch, den es hier gibt. Deshalb kann man natürlich auch mit dem Rush Chat machen, wenn man die nötige Waffe hat. Also die ganz linke untere. Aber die besitze ich jetzt noch nichts. Oh, das wird lustig. Ja, ihr habt schon gesehen, wenn ich, äh, ihr seht, hier ging ich nicht so schnell, aber wenn ich genau auf die Kante springe, von diesem Teil, dann, äh, aktivieren die sich sofort. Und das ist das richtig Schöne an dieser Sache. Und nochmal. Protoman! Wow! So, hier habe ich es bisher noch nie geschafft, ihn No-Hit zu schaffen. Weil hier in dieser Gegend ist da echt schwer No-Hit. Aber ich habe es geschafft zum ersten Mal. Geil, geil, geil! Das ist jetzt ein richtig kleines Erfolgserlebnis für mich. So. Yes, man! Also wie gesagt, äh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was über mich erzählen, das wäre ja auch mal ein Hit. Und... Ah, Scheiße. Ich bin der Onkel Wolf. Ich mache schon seit einem Jahr Let's Plays von Retro-Game verschiedenster Art. Auch von teilweise anderen Spielen, wie zum Beispiel das eine oder andere PC-Spiel habe ich da. In Keto. Und ich will natürlich mein Repertoire erweitern. Aber dafür brauche ich die nötigen Aufnahmesysteme erstmal. Ich habe zwar einen Laptop und einen Videograbber. Allerdings funktioniert der Videograbber nicht so wirklich. Nur manchmal, das ist so ein typisches Teil, wann es Lust hat, geht es und wann nicht, dann nicht. Und mein Laptop geht zur Zeit überhaupt nicht mehr. Und der Videograbber funktioniert leider nicht am Rechner, den ich hier jetzt verwende. Denn am Rechner funktionieren nur drei Emulatoren. Naja, vier eigentlich. So, jetzt haben wir Hartmann besiegt. Nächster Gegner ist Topman. Und ja, deswegen mache ich überwiegend aus, äh, Auswahl. Überwiegend von NES, Gameboy, Gameboy Advance, Gameboy Color und, äh, SNES, also Super Nintendo. Davon mache ich hauptsächlich Let's Plays. Ihr könnt mich ja gerne abonnieren, wenn euch das gefällt. Oder rede ich schon wieder davon? Ja, rede ich natürlich kostenlos. Und wenn ihr dann einen Spielewunsch habt, was ich mal spielen soll oder was ich mal anspielen soll, dann raus mit der Sprache. Dann werden wir sehen, was sich machen lässt, denn ich muss mich leider in vielen Dingen auch an das Urheberrecht halten. So, jetzt haben wir... Achso, Magneten, dann sollte ich vielleicht testen. Ja, wir schießen Magneten. Wenn wir jetzt Gegner haben, dann gehen die, äh, dann fliegen die Magneten auf einen zu. Und wir haben hier Hartmann. Hartmann. Ja, wir schießen einfach eine riesige Eisenfaust. Oder ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Faust sein soll. Lalalala. Die Musik. Topman ist meiner Meinung nach der leichteste aller Gegner. Weil, äh... Ja. Er verliert genauso wie Magnetman. Zwei Striche pro Schuss. Und, äh... Ja, eher... Ja, was soll ich jetzt sagen? Und seine Stage ist leichter als die von Magnetman, zumindest für Anfänger dieses Spiels, weil ich muss sagen, Mega Man 3 ist kein sehr leichtes Spiel, da wird mir wahrscheinlich jeder Blind-Let's-Player zustimmen. Und hier kämpfen wir gegen riesen Katzen, die natürlich keinerlei Chance gegen uns haben. So, und hier habe ich es fast noch nie geschafft runterzufallen, also in die Stachbremme, das habe ich früher auch schon immer so geschafft. Naja, wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Etwas zu meiner Person. Also ich bin so ein Beruf, mache seit einem Jahr Let's Plays, überwiegend von Retro-Spielen. Habe sowieso schon aufgezählt, welches die Spiele waren. Und ich komme aus Österreich. Ja, aus dem schönen Österreich, dem alten Land. Und ich gucke sehr gerne andere Let's Plays. Und ich habe jetzt zur Zeit 59 Abonnenten, glaube ich. Ist zwar meiner Ansicht nach etwas wenig, aber andererseits bin ich auch froh über diese 59, denn ich könnte eigentlich auch viel weniger haben. Aber mich kümmert die Abonnentenzahl eigentlich nicht so wirklich, dass ich damit Geld oder sonst irgendwas verdienen kann, weil bei mir ist das ja kostenlos. Sondern mich kümmert es mehr, dass ich ein großes Zuschauerrepertoire, ja ein großes Publikum habe. Und ich habe gerade topspin. Einzig und einander aus dem Grund, weil ein Let's Plays soll meiner Meinung nach Freude bereiten. Jetzt geht es zum letzten Shadow, ne? Ein Let's Plays soll Freude bereiten, soll Spaß machen, nicht nur den Spielenden, auch den Zuschauer. Zum Beispiel bei den schadfroren Leuten, wenn die sich dann aufregen. Weil, besser gesagt, weil der Let's Plays sich aufregt und die Zuschauer sich halb totlacken. Das kennt man ja. Das kennt ihr bestimmt auch, da habt ihr bestimmt schon so einige oder andere Let's Plays gesehen. Und genau das ist auch einer der Knackpunkte an der ganzen Sache. Weil ein Let's Plays soll Freude bereiten den Zuschauer, egal wie. Egal ob der Zuschauer jetzt Charme vor ist bis zum Game nicht mehr oder sonst irgendwas. Oder ob er sich mit dem Game erfreut. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Ich achte auch auf das, was meine Zuschauer wollen. Und erfülle Spielewünsche. Wenn es möglich ist, dass ich ihn aufnehme, zeige ich den Spielewunsch dann auch. Oder besser gesagt, wenn es mir möglich ist, ihn hochzuladen. Aber ansonsten so, ja, und man hat natürlich auch ein größeres Repertoire von wegen, ja, man könnte sich mit seinen Zuschauern in Verbindung setzen. Man kann zum Beispiel das eine oder andere Let's Plays Together machen. Da habe ich ja auch so einige Spiele auf Lager. Da hätte ich auch mal ganz gerne was dazu. Also, wer Lust mit mir hat, einen Let's Plays Together zu machen, der kann sich ruhig bei mir melden. Per PN, also per Postnachricht. Und dann ist alles eigentlich kein Problem. Diese Teile fand ich früher schwer, weil ich immer auf das nächste gesprungen bin. Und diese Technik, die ich jetzt mache, kannte ich früher noch nicht. Deswegen bin ich da oft verreckt dran. Aber dann irgendwann habe ich es mal aus Spaß so versucht. Und ihr seht, es hat hingehauen. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten aller Gegner. Zum Glück habe ich volle Energie, mehr als genug Leben und drei E-Tanks. Shadow Man, also bei dem Gegner brauche ich garantiert einen E-Tank, mindestens. Weil, ja, das ist es. Dieser Gegner, da kann man nicht abschätzen, wann er was macht. Auch. Weil, ja, man sieht natürlich, er schießt mit Shurikans. Und, wow, jetzt läuft es zur Zeit ganz gut. Er schießt mit Shurikans. Und er kann sich so rutschen wie so ein Beklopper. Ja, jetzt muss ein E-Tank leider herhalten. Aber ein bisschen mehr Technik habe ich, glaube ich, schon herausgefunden, weil, äh, teilweise. Denn, größtenteils, wenn man auch ziemlich auf Distanz ist, dann rutscht er sich näher. Und wenn er ein bisschen näher kommt, dann schießt er seine Shurikans. Muss aber nicht unbedingt sein, weil, äh, er macht natürlich, was er will. Und er hat ein undurchschaubares Bewegungsmuster und da muss man einfach nur auf Glück hoffen, wie ich gerade eben. So, ich bin jetzt bei fast 31 Minuten. Knappe 6 Minuten langsamer als in meinem Longplay für das Zappersofa. Jetzt wird alles kaputt und da tauchen vier neue Fieslinge auf. Wow, wer ist das? Ja, wer ist denn der Erste? Natsa, du. Ja, wir gehen wieder ins Spartman-Stage. Und ich sage euch gleich, äh, Moment, ich sollte mal die Waffe demonstrieren. Einmal die von Topman. Man sieht, man hört es vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich kann nicht schießen, weil das hier ist die Waffe. Und, äh, dann haben wir noch die von Shadowman. Ja, die kann man auch in alle möglichen Richtungen schießen. So, jetzt kommen wir da runter. Auch mit diesen vier Kollegen hier hatte ich in der ersten Aufnahme ziemliche Probleme, weil ich da an einem Teil ziemlich fest hing. So, und jetzt haben wir schon ein Problem. Megaman kann nicht nach oben schießen. Es gibt jetzt zwei Methoden. Entweder wir benutzen den Germany Laser. Oder man kann auch so. Also, die Schuhe kann nach oben schießen. Diese beiden Methoden gibt es, um diese Spinne hier loszuwerden. Das ist schon mal einer der Gründe, warum hier ein Buster-Only-Run nahe, also eigentlich unmöglich ist. Und zwar ein reiner Buster-Only-Run. Das, was ich mache, ist dann größtenteils Buster-Only-Run. Zumindest alles, was Buster-Only-Run möglich ist, wird von mir Buster-Only geregelt. Ja, wird von mir geregelt. Nein. Oh, und jetzt. Ja. Da kommt schon der Erste. Wer bist du denn? Bist du Doktor-Man? Oder Dentist-Man? Zahnarzt-Man? Nee. Bist du nichts? Du bist Metal-Man. Von Megaman 2. Und er ist bei weitem fösartiger als wie in Megaman 2. Er springt natürlich immer dann, wenn wir schießen. Muss aber nichts heißen, denn manchmal springt er auch so. Jetzt zum Beispiel. Oder jetzt. Und ich glaube, ich werde gegen ihn failen. Ja. Wenn man ihm zu nahe kommt, das ist das Fünnste, was man machen kann. Ein Schuss und ich bin tot. Ja, jetzt brauche ich ein bisschen Konzentration. Vielleicht schaffe ich das noch. Deswegen rede ich gerade so wenig. Ja, jetzt hat er wieder gemacht, ohne dass ich was gedrückt habe. Ist das nicht herrlich? Scheiße! Jawoll. Gerade noch so. Dann hätte er uns jetzt besiegt, hätten wir die ganze Stage nochmal machen müssen. Aber hier ist der Zwischenspeicher. Was gut ist. Und da kommt natürlich wieder so ein Spike vor. Das könnte man aus fast jedem Megaman. Und hier. Haha. Seht ihr? Da gibt es wieder so geglitsche. Natürlich ist das Spiel nicht komplett fehlerfrei. Aber welches Spiel ist denn bitte fehlerfrei? Also da wieder weggeglitscht. Es gibt kein Spiel, was fehlerfrei ist. Und genau das ist auch ein bisschen das Lustige an der ganzen Sache. Weil in ein Spiel muss ein Fehler sein. Weil ein Spiel darf nicht perfekt sein. Denn wenn ein Spiel perfekt ist und es keinen Spielfehler gibt, keine Insta-Edge oder sonst dem was, dann mag dein Spiel einfach keinen Spaß, Leute. Ich meine, das muss ich anders timen. So. Und das ist nun mal so. Oder habt ihr schon mal ein Spiel ohne irgendwelche Spielfehler oder so gesehen? Ich meine, gut, die Oberklugen würden jetzt sagen, ja, habe ich. Aber nun gut. Sollen sie halt denken. So, und jetzt kommen wir zu einem richtig bösen Gegner. Hier würde ich auf jeden Fall einen E-Tank mindestens brauchen. Quick Man. Im Original Megaman 2 waren schon Arschloch, aber hier ist ja noch vieles schlimmer. Weil man hier schlecht ausweichen kann und er nur einen einzigen Schadenspunkt pro Schuss bekommt. Hier die Technik in Quick Man. Lasst euch auf jeden Fall von so einem Boomerangs treffen. Und sein Körper macht immensen Schaden. Wie kommt es so vor, als ob diese Roboter hier mehr Schaden machen als die Original Körper von Megaman 3 oder Megaman 2. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube zumindest mal ja. Und irgendwie... Ja, da guckt der Schaden. Normalerweise kann ich es schon vergessen bei so viel Schaden, aber... Ich bin noch ein Wolf. Und ein Wolf gibt mich da auf und er hat mich schon wieder mit dem Körper getroffen. Na jetzt komm schon! Scheiße. Und ja, diese Roboter erinnern mich irgendwie an Guts, man. Ich weiß nicht warum, aber meiner Meinung nach sehen sie ein bisschen so aus. Und jetzt verbrauche ich zum ersten Mal ein paar Leben. Was auf jeden Fall gut ist. Die haben mehr als genug bekommen. Gut, jetzt macht er wieder einen riesen Sprung. Scheiße! Ja! Falsche Richtung, ja. Das kann ich eigentlich auch schon wieder vergessen. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Gut, noch mehr als genug. Ich weiß nicht warum ich mich bei denen auf einmal zu dummen stelle. Beim anderen Video. Also beim nicht mehr existierenden Video, weil es kaputt gegangen ist. Da habe ich Quickman beim ersten Versuch geschafft. Zwar mit E-Tank, aber... Warum immer der Körper? Hoffentlich waren das jetzt die Boomerangs. Ja, danke. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich ihn treffe. Quickman! Oh, Fick dich, man! Das ist scheiße jetzt. Also ich sage es auch gleich. Sollte ich bei meinem letzten Leben sein, dann werde ich beide E-Tanks verwenden. Natürlich wird das weiterhin Buster-Only-One werden. Nein, warum rutsche ich nicht genau in ihn rein? Ich will doch nur die Boomerangs. Ist das überhaupt ein Wort Boomerangs? Ja, ja, ja. Bisschen auf Distanz. Nein, zweimal von dem... Ähm... Ja, jetzt hat mich sein Körper getroffen. Hätte mich die Boomerangs erwischt, dann hätte ich noch überlebt. Das ist scheiße. Wir verschwenden alle unsere gut gesammelten und gehäupelten Weben. Aber nun gut, ich bin zwar ein guter Spieler, aber irgendwie scheine ich da zur Zeit etwas Pech zu haben. Vor allem jetzt bei diesem Durchlauf. Scheiße, er hat mich schon wieder mit seinem Körper getroffen. Da seht ihr, was ich meine. Also dieser Gegner ist echt schwer. Nicht nur, dass er ohnehin schon schwer genug ist. Nein, mit seinem Körper macht er auch noch wesentlich mehr Schaden. Aber das sollte jetzt, glaube ich, das vorletzte Leben sein. Das heißt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich nachher die Eatings ziehen. Ja... Scheiße... Scheiße... Und ja, ich fluche oft, wer damit ein Problem hat. Tut mir leid, aber... Irgendwie muss man seinen Fuß ja abbauen. Nein, das sieht jetzt zu gut aus. Jetzt trifft er nicht. Nein, trifft er doch nicht. Ich meine, ich werde beide Eatings ziehen, wenn es sein muss. Also einsetzen vielmehr. Ja... Ja, das war ausnahmsweise mal gut. Oh, das war weniger gut. Nein... Gut, gut, gut. Nur ein Eatank. Gut, jetzt bin ich da zwar eine Zeit lang fest, aber... Nächster Gegner. Germany Man. Jetzt sehe ich da eine Stage doch hasse. Und ja, die Stage von Shadow Man finde ich auch sehr beschissen. Finde ich leider etwas schade, dass die genau die drei Stages mit den schlechtesten Liedern hier nochmal bringen. Das ist... Wow! Das ist Spark Man, Shadow Man und Germany Man. Zum Blick haben sie auch Needle... Needle... Needle Man gebracht. Äh... Nein! Toll. Needle Man. Äh... Wieder auferstehen lassen, weil Needle Man, finde ich, hat einer der besten Lieder. Hat sogar das beste Lied in Mega Man 3. Zumindest von 8 Bossen hier. Ja... Und? Und? Ne, natürlich nicht. Ja, es besteht die Möglichkeit, dass hier ein Eatank drin ist. Und natürlich hat mein Kumpel... Ja, ich kann einen Kumpel sagen. Mein guter Freund hier auf YouTube, der Gidress Simon, hat einen Mega Man 3 Hack gemacht. Der nennt sich Mega Man 3 Cry Out. Das ist so eine Art Kaiser Hack, nehme ich zumindest mal an. Weil, äh... Ich habe ihn schon mal kurz angespielt. Ich werde ihn vielleicht... Let's playen... Oh. Ich werde ihn vielleicht jetzt playen. Ich weiß nicht, ob ich den... Wow! Was ist jetzt bloß auf einmal? Ich weiß nicht, ob ich den dann Safe State los schaffe, aber... Höchstwahrscheinlich nicht. Weil, dafür ist dieser Hack einfach viel zu schwer. Okay, jetzt habe ich wieder ziemlich viele Leben. Ja... Flashman, du bist ja echt beschissen hier. Weil, äh... Dir kann man natürlich noch schlechter ausweichen. Ja, er kommt näher und das ist das Unfaire an der Sache. Drei Treffer hintereinander ohne Unverwundbarkeitszeit. Ja, ich kann es vergessen. Da haben sie sich was Böses ausgebracht. Und wie man diesen Gegner besiegen kann, man muss sich vom Schuss treffen lassen. Also man muss ihn immer sehr auf Distanz halten und wenn man die Zeit anhält, muss man sich unbedingt von seinen Schuss treffen lassen und dann möglichst weit weg von ihm kommen, wenn man noch die Unverwundbarkeitszeit genießen darf. Ich darf, denn ansonsten ist dieser Gegner echt, echt schwer. Zumindest auf so engen Raum. In Mega Man 2 ist er definitiv leichter. In Mega Man 2 sind ja alle leichter, weil alle durch einen Mega Man Schuss ungefähr drei oder vier Striche verlieren. Und nicht so wie hier nur einen. Das heißt, hier brauchen sie eben vierfache Länge. Und wenn das bei Mega Man 2 der Fall wäre, dann wäre das sozusagen ein neues Mega Man 1. Und warum stelle ich mich gerade so dämlich an? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Vor allem, warum habe ich vorhin so viele Leben bekommen. Natürlich haben auch die Mega Man 2 Gegner alle ihre Schwächen. Weil, ja, zum Beispiel, hier, Flash Man hat zwei Schwächen gegen Germanie Man, also den Germanie Laser und gegen Needle Cannon von Needle Man. Und ja, mir kommt es so vor, als ob die Mega Man 2 Bosse alle zwei Schwächen haben gegen die Mega Man 3 Waffen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, aber es kommt mir zumindest so vor. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt wieder relativ gut angestellt. Sollte der Kampf gegen Flash Man jetzt gut laufen, werde ich auf jeden Fall den E-Tank benutzen. Weil ich habe keine Lust hier noch 30 Jahre. Nein, ich bin schon wieder in die Falle gegangen. Da, guckt es euch an! Der geht bis zum Ende! Das ist echt unfair! Ja, jetzt hat er mich natürlich nicht getroffen. Und er läuft mir hinterher. Ja, dieser Gegner ist wirklich schwer. Er legt uns nur, wenn man den Basta-Uni macht. Denn so ohne Basta-Uni ist dieser Kerl eine Lacknummer. Soll er noch mal leben. Ach, wisst ihr was? Ich hole mir noch ein oder zwei E-Tanks, weil ich will dieses Let's Play nicht in die Ewigkeit raus zögern. Weil in meinem anderen Video, das muss ich euch noch erzählen, da habe ich leider einen Fehler begangen, weil ich den falschen Gegner zuerst besiegt hatte. Nämlich Needleman. Denn in der Needleman Stage gibt es einen E-Tank. Und da hatte ich vorhin, also nicht vorhin, aber im anderen Video, hatte ich Needleman zuerst geschafft. Beim ersten Anlauf auch noch. Und dann hatte ich keine E-Tanks mehr. Und dann bin ich gegen die ganzen Kinder alle verreckt. Und da sind schon... Oh, dich habe ich ganz vergessen. Da dauerte das Video schon zwar über zwei Stunden und trotzdem war ich noch nicht weiter als jetzt. Nur mit dem Unterschied, dass ich da nur Needleman besiegt hatte und nicht nur Sparkman. Weil er auch... Auch wenn es ein Buster-Only-Run wird, aber ohne E-Tanks ist dieses Spiel als Buster-Only meiner Meinung nach fast unmöglich. Aber auch nur fast. Ja, Megaman blinkt jetzt die ganze Zeit herum. Aber das war sehr schön. Ich würde natürlich alles on-screen machen. Und was ich auch noch nicht gezeigt habe... Hier! Guck mal! Was ist das? Oh, Rush-Jet! Wir können fliegen! Yeah! Und wenn wir so die ganze Zeit herum springen, dann können wir auch ein bisschen Energie sparen. Aber ich habe jetzt den E-Tank. Ich habe, was ich wollte. Das heißt, ich kann mich jetzt getrost umbringen lassen. Weil das wird jetzt noch ein paar Mal so laufen. Ich werde natürlich mit den E-Tanks versuchen, mich zu übertreiben. Weil ich will ja einigermaßen fair bleiben. Ich werde mir nur... Lass mich überlegen. Für Flash... äh, Fashion Man. Ja. Für Fashion... Für Fashion Man. Für den Modemann. Wäre ja auch geil. Aber für Flash Man bräuchte ich ungefähr... Zwei oder maximal drei, wenn er wieder so eine unfaire Technik da verwendet. Dann für den nächsten in dieser Welt, den ich nicht verraten werde, brauche ich... Keilen. Also wären das dann drei. Ich habe jetzt zwei. Für die rechten unteren... also für Shadow Man Stage, da brauche ich für den ersten Gegner... Weil ich weiß, dass er auch echt schwer ist. Zwei wären dann fünf. Und für den anderen bräuchte ich... Eigentlich auch zwei wären sieben. Also ich bräuchte sieben E-Tanks. Allein für die beiden unteren Gegner. Und das heisst schon was, Leute. Und ich weiß, dass ich ein guter Mega Man-Spieler bin. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen hochgerechnet. Das kann sein. Aber nun gut. Ich werde einfach mal keine sieben E-Tanks holen. Weil dann wäre dieses Spiel echt unfair leicht. Naja... So... Ich habe jetzt drei. Das heisst, ich werde jetzt noch ein bisschen Game Over gehen. Und... Danach hole ich mir noch eine E-Tank. Und dann würde ich mich auf den nächsten Gegner stürzen. Die Frage ist nur, wer... Wird es sein? Shadow Man oder Shadow Man Man Stage? Ich glaube, ich mache zuerst Shadow Man Stage. Aber ja, brauche ich dir zwar nicht, aber danke vielmals. Ja, und so muss man leider vorgehen, wenn man einen Buster Only One versucht. Habe ich jetzt genügend E-Tanks? Scheiße, ich habe nicht nachgeguckt. Nochmal. Shit. Wie viel habe ich? Drei. Shit, das hätte genügt, aber egal. Jetzt ist es schon zu spät. Jetzt hole ich mir den vierten eben auch noch. Dann gehe ich quasi auf Nummer sicher. Und ja, jetzt werden vielleicht einige Leute sagen, ich werde so gut in Mega Man 3. Du sagst mir auf diese lame Methode. Ja, ja. Ich bin vielleicht gut in Mega Man spielen, aber ich spiele Mega Man nun mal nicht jeden Tag. Außerdem ist Mega Man 3 meiner Meinung nach eines der härtesten Mega Mans, die es gibt. Ja, das Teil trifft mich, aber es ist mir jetzt eigentlich egal. Shit! Okay, das war mir nicht egal, das habe ich jetzt nicht vorausgesehen. So. Und jetzt kann ich wieder fröhlich sterben, ohne mehr das Leben zu holen, sonst dauert es noch länger diese Tortur. Okay, ja. Also jetzt gleich werden wir in die Shadow Mine Stage gehen. Weil ich, hier will ich euch natürlich auch zeigen. Ich frage mich, wie lange dieses Video dauert, weil es sind fast 50 Minuten um. Und mir fällt gerade auf, das habe ich beim letzten Video, habe ich das auch so ungefähr zu dieser Zeitspanne gesagt. Und da habe ich auch gesagt, jetzt sind es ungefähr 15 Minuten um. Also, au. Aber ich merke, ich bin jetzt wesentlich schneller unterwegs, als ich früher war. Also im anderen Video. Schade, dass ihr euch das nicht angucken könnt, aber es existiert leider nicht mehr. So, Shadow Man Stage. Natürlich hat sich hier auch so einiges verändert. Man merkt schon, der Wasserfall ist weg, der rote. Und hier an der Seite sind überall Spikes. Wow, das war knapp. Wenn man hier hoch springt, dann wird man trotzdem gekillt, weil die Sprites hier so toll sind. Und der ganze Wasserfall ist da runter geflossen wahrscheinlich. So, und wenn man hier sich einfach fallen lässt, stirbt man auch. Das habe ich früher nie gecheckt, weil ich mich da immer von der... Denn ich lasse mich ja immer ganz gern von Leitern runterfallen. Auch im Warnleben. Hust, hust. Äh, nein, aber... Und da dachte ich mir früher nur, warum bin ich jetzt tot? So, und diese Teile da, die habe ich in der Shadow Man Stage gar nicht erklärt. Man merkt schon, es wird dunkel. Und diese Teile sind dann schuld. Und das hier sind so Klappen. Die sind natürlich auch sehr böse. Weil, äh, jetzt wird es richtig lustig. Dieser Teil der Stage ist nicht gerade leicht. Vor allem wegen dem da oben. Da müssen wir jetzt so machen und warten, bis er abhaut. Diesmal habe ich es auf Anhieb geschafft. Aber beim anderen Video bin ich da nämlich einmal verreckt, weil ich zu früh gesprungen bin. So, und jetzt kommt natürlich der Abfuck. Weil dieser Gegner ist auch nicht sehr leicht. Der dann. Was natürlich aufgrund der Platzbeschränkung ist. Das ist Woodman. Sein Blätterschild macht mehr Schaden denn je. Woodman hat Needleman als Schwäche. Die zweite Schwäche weiß ich nicht, weil ich die früher nie auch herausgefunden habe. Ja, und jetzt wird es schwer. Shit. Ja, und jetzt muss ich natürlich ein E-Tank ziehen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. So ein Buster Only One ist ziemlich, ziemlich schwer. Auch für die Konten spiele aber nicht. Gut, jetzt habe ich es mal drüber geschafft, aber jetzt sitze ich nur ziemlich in der Enge. Ich habe es geschafft, geil. Jetzt schnell weg von ihm. Für diesen Gegner wichtig immer auf Distanz bleiben. Jetzt muss ich leider noch einen E-Tank ziehen. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich E-Tanks verwenden, aber da ich aus diesen Spielern ein Buster Only One mache, wird das sowieso nahezu unmöglich sein. Weil die Gegner hier machen meiner Meinung nach viel zu viel Schaden. Da hat Capcom schon ein bisschen statistisch gehandelt, weil er... Und kann ich ihn töten, bevor er nicht löp? Weil er... Ja, diese Teile muss man auch anlocken, alle. Und da kommen so Springdinger. Was meiner Meinung nach das Ganze nicht gerade erleichtert. Die Belie-Tanks habe ich noch zwei. Was sollte für... Ah, shit! Was sollte für ihn jetzt im Gegner, der gerade kommen wird, eigentlich reichen, wenn dieses Teil dann nicht so unfair wäre. Kommt da noch einer? Ne. Wow! Jetzt dachte ich, es geht sich nicht aus. Ja, jetzt kommst du noch und du denkst, ja, ziehen wir den nochmal ordentlich Energie ab. Aber das denke ich nicht. Na gut, ein bisschen Energie hat er mir doch noch abgezockt. Ich habe zum Glück mehr genug Leben, das heißt, ich kann jetzt ruhig einmal K.O. gehen. Denn jetzt kommt Heatman. Ja, Heatman hat, äh, wie die meisten Mega Man 2 Gegner hier, auch zwei Schwächen. Nämlich, äh, eine ist Topman, die andere ist Shadowman. Meiner Meinung nach ist das mit Shadowman immer viel fackelt leichter. Weil dann schießt man einfach so und das Teil kommt zurück. Dann wird Heatman automatisch immer getroffen. Und das ist das Gute an der Sache. Sollte es vielleicht so machen. Zuerst ein bisschen noch Abstand und dann schießen. Ja, sollte möglich sein. Vor allem sieht dieser Waffe ungefähr so aus wie bei Flame Man aus Mega Man 6. Ja, geht so, das war viel zu früh geschossen. Ich muss warten, bis er einmal geschossen hat, also mich dann wegrutschen und dann erst schießen. Das ist die Erfolgsstrategie hier. Ja, genau so. So ist dieser Gegner durchaus machbar. Natürlich geht das auch alles auf die Konzentration, wie bei Germany Man. Aber er ist gerade leichter als ich dachte, denn den habe ich noch nie so gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich ihm jetzt zuspiele. So, das war glaube ich zu früh. Aber es ist egal, er ist tot. Und ich habe gerade zweimal drücken müssen, weil beim ersten Mal hat Mega Man nicht geschossen. Hitman erledigt. Ich habe glaube ich zwei Energietanks gezogen. Sicherheitshalber hole ich mir noch einen. Weil Flashman ist echt hart aufgrund der Platzbeschränkung. Oh, ich habe zwei. Scheiße. Ich dachte, ich hätte nur einen. Aber egal, dann hole ich mir eben noch einen dritten. Einen dritten, genau. Einen Tritt hole ich mir. Einen dritten Tritt. Ja, dann hole ich mir eben noch einen dritten, weil zusätzliche Absicherung kann nie schaden. Aber egal, dann müssen wir nachher ein Leben weniger an Spikes verschwenden. Also das ist nicht so schlimm, solange ich nur an den E-Tank rankomme. So. Nee, kein Rush. Ich war schon wieder kurz im, oh ich muss Rush verwenden, im Syndrom. Weil manchmal, wenn ich dieses Spiel spiele, habe ich so einen Gedankengang, der mich sozusagen zwingt, an jeder Ecke Rush einzusetzen. Weil viele Let's Player hassen Rush. Manche zu Recht, manche zu Unrecht. Ich persönlich hasse ihn nicht. Weil mir hat Rush bisher noch nie etwas getan. Und ja, ich hasse Rush eben nicht. Das ist bei mir eine Tatsache. So, mach den E-Tank. Gut. Jetzt lassen wir uns aber nicht da rechts fallen, sonst können wir ein anderes Leben haben. Und das wollen wir ja nicht. In diesem Fall, da wir nur farmen, wollen wir das nicht. Ja, ja. Ja, ich kann schnell den Schussknopf drücken. Das ist keine Speed-Taste. Das ist alles mein Finger, mein Daumen. Ja, ich kann schnell den Schussknopf drücken. Du 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 du. Stange still weg. So. Flash man. Jetzt werde ich denken, wir könnten jetzt die anderen Gegner sein von Negraimann 2. Ja. Jetzt überlegt mal, welcher Gegner in welcher Welt ist. Ich meine gut, jeder von euch kennt Negraimann 3, also ich kenne keinen, der dieses Spiel nicht kennt. Also, aber trotzdem mal, wo denkt ihr, wer wo wäre? Weil in dieser Welt ist natürlich Flashman, das weiß man jetzt, nach keine Ahnung wie viel Versuchen. Aber wo sind Bubbleman, Airman und Crashman? Denn diese drei fehlen ja noch. Wenn ihr Megaman 2 kennt, wisst ihr, dass diese drei noch in Megaman 2 vorkommen. Und irgendwie stelle ich mich gerade dumm an. Nö, nix. Da kann natürlich auch ein Utank drin sein, oder ein Leben, wie man hier unschwer kennt. So, noch ein kleines Stern hier, oder was das sein soll. Und weiter geht's. Jetzt sind diese Musik echt sinnlos. Und langweilig. Na, ich mag Gemini Mans Musik nicht. Au. Wie gesagt, hätten die lieber andere Stages genommen. Ich hab vergessen zu schießen. Was gibst du mir zurück? Nein, fast. So. Drei Items. Das sollte wohl reichen gegen dich, klein Gnom. Denn wir nicht. Ja, er geht tatsächlich bis zum Schluss. Ja, danke. Das ist shit. Warum? Nein, jetzt muss ich. Ja, jetzt hab ich das drüber geschafft, natürlich. Ja, jetzt kann er einen stecken. Besser gesagt, jetzt muss er einen stecken. Genau so, genau so. Au. Nein. Jetzt. Nein. Wehe, ich sterbe noch. Jawohl. Das war aber ganz schön knapp hier. So, und wenn man hier kein Rush hätte, würde man schon nicht weiterkommen. Weil, äh, ja. Da haben sich die Entwickler etwas Böses ausgedacht. Denn wenn man Rush nicht mehr hätte, dann wäre man tot. Und hier komme ich ohne der Rush Marine auch nicht weiter. Ich persönlich verwende aber hier lieber den Jet. Weil, dann kann man es so machen. So. Ich mach es lieber auf diese Methode. Ja, haut mal ab da. Also, hier braucht man schon dann ziemlich viele Ecken und Enden Rush. Ja, genau so. Autsch. Genau so wollte ich das sehen, wollte ich gerade sagen. Und dann passiert schon wieder Scheiße. Also, irgendwo noch Energie für mich? Nein, natürlich nicht von so kleinen Käfern oder Spinnen. Ich glaube, mehr als sind Spinnen. Naja. So. Zoom-Einweg. Und jetzt ist diese Stage auch gleich beendet. So. Na, wir haben eben gesehen Wasser. Hier ist keins. Stacheln oben. Ja, es ist Bubble Man. Muss mal nachgucken, wie viel Leben ich noch habe. Gut, mehr als genug. Ja, Bubble Man hat natürlich eine Schwäche gegen Spark Man. Ich glaube, gegen Shadow Man. Bin ich mir sicher. Habe ich noch nie getestet. Und was er auch nicht leiden kann. Solange man nicht den Boden berührt, macht Bubble Man nix. Das heißt, man kann ihn ganz leicht austricksen und one-hitten. Sozusagen one-hitten. Man bräuchte einfach nur... Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt gleich tot, ja. Man bräuchte einfach nur Rush Marine. Denn solange man den Boden nicht berührt, macht Bubble Man nix. Und mit der Rush Marine kann man ja am Stand stehen, vielmehr. Oder am Stand verbleiben, ohne weiter zu sinken. Und ja, dann macht Bubble Man nun mal nix. Und lasst sich abknallen. Das ist so ein... Das ist ziemlich lustig. Das mache ich am allerliebsten. Denn dann schwimme ich genau vor Bubble Mans Gesicht und mache ihn alle. Weil das habe ich nun mal am allerliebsten. Aber trotzdem ist Bubble Man kein schwerer Gegner. Ihr seht, ich hätte ihn eben auch schon fast besiegt. Aber ich konnte kein E-Tank verschwenden. So, Bubble Man ist weg. Ich komme gut voran, merke ich. Needle Man. Zwei E-Tanks, okay. Ich bin am überlegen, soll ich nochmal Game Over gehen und mir einen zusätzlichen E-Tank farmen? Denn ich weiß, was noch kommen wird. Und ich weiß, dass ich die noch brauchen werde. Au. Weil ich will natürlich nicht mit den E-Tanks übertreiben. Aber... So ein... Was da umgegangen ist, ist schon hart. Schon sehr hart teilweise. Oh nein. Die Rakete kommen wieder. Aber ich kann flüchten vorher gut. Hm, wie soll ich marken? Ne, da ich zwei Leben habe, werde ich nochmal schnell Game Over gehen. Und dann werde ich nachher hier in dieser Stage richtig ernsthaft durchgehen. Das heißt, ich habe hier noch einen zusätzlichen Energie-Tank gefahnt. So, hoppla, Verschrittung. Ja, und das genau hat mich jetzt nicht nicht gekostet. Gut, dann werde ich jetzt mal ernsthaft durch diese Stage gehen. Continue. Mag vielleicht lame sein, dass ich das so mache, aber... Ich kann ja natürlich auch, was ich vergessen habe zu erzählen, die Mega Man 2-Basse haben natürlich auch Schleiche von Mega Man 3-Waffen. Und, äh, Bubble Man hat gegen Spark Man und, ich glaube, Shadow Man. Dann, äh... Lass mich überlegen. Wir haben auch noch Flash Man hat gegen Middle Man und Gemini Man. Magnet Man hat gegen... Äh, nicht Magnet Man, Metal Man hat gegen Magnet Man und Hard Man. Äh, Quick Man hat gegen Snake Man und keine Ahnung. Die zweiten habe ich da noch nie getestet. Äh, dann, äh, rechts unten war Wood Man hat gegen Middle Man und Snake Man, glaube ich, ja. Und Heat Man hat gegen Top Man und Shadow Man, habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Und wer kommt hier jetzt? Natürlich bleiben die zwei Gegner übrig. Air Man. Air Man hat gegen Spark Man und... Und... Ich glaube, Magnet Man. Oh, fuck. Fuck. Ja, zu hoch gesprungen. Fuck. Und man merkt schon, er bekommt auch zwei... ...Spriche, Schaden pro Schuss. Wenigstens ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, Scheiße. Ja, dieser Wind, der behindert... Oh, ich habe zu spät gesehen, dass dieses Muster kommt. Sonst hätte ich mich da leicht retten können und dann hätte ich ihn platt gewalzt. Aber wie gesagt, Air Man bekommt ja auch ohne E-Tank tot. Ich bin natürlich auf die Gegner, so sehe ich, es kann E-Tank los schaffen. Ja, ja, jetzt, denke ich, wo ist denn der letzte, ja? Crash Man, den gibt es auch in dieser Stage. Crash Man hat eine Schwäche gegen Hard Man und, 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 und. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, ich glaube, ich habe da noch keinen anderen getestet, außer Hard Man. Und wir werden dann, ja, den Gentleman hat, der Flash Man. Äh, ja, Flash Man, so wie gesagt. Und warum hätte das neute, hätte gleich Rush bleiben können. So. Natürlich wäre es eine Schande, wenn ich jetzt hier bei Air Man die Offer verwenden würde. Weil ich habe eben nur verloren, weil ich nicht komplette Energie hatte, genauso wie jetzt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder verlieren, hey! Okay, aber ich werde jetzt natürlich trotzdem versuchen, so... Helfen wir uns in einem harten, harten Battle. Scheiße, zu spät gesprungen. Nein! Was ist in Richtung, Mega Man? Ich bin gerutscht, aber es hat nicht gezählt, keine Ahnung, warum. Ja, das war gut Schaden. Ah! Das wäre fast ins Auto. Oh, shit. Zu spät. Aber er ist trotzdem tot. Ja, an sich sind die ganzen Gegner hier nicht so schwer. Und hier sieht man schon, etwas zum Auffüllen. Denn jetzt wird es so richtig übel. Jetzt haben sich die Entwickler sonst was gedacht. Gute Energie, nein. Nämlich, jetzt müssen wir den ganzen Weg mit dem Jet fliegen. Au! Und ich bin fast tot. So. Nein! Ich sollte vielleicht vielmehr auf sicher... Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich sollte vielleicht vielmehr auf sicher spielen. Nochmal das Ganze. Null Leben. Ich will diese Stage jetzt eigentlich ungern nochmal machen. Weil jetzt habe ich sie mal schon geschafft, der einen Kalt zu stellen, obwohl er eigentlich ein ziemlicher Waschlappen ist. Aber trotzdem. So, da unten ist eine Energie. Da das jetzt das letzte Leben ist, kann ich mir die auch holen. Normalerweise lasse ich sie immer liegen für eventuellen zweiten oder dritten Durchgang. Aber da das jetzt nicht vonnöten ist, kann ich sie mir auch holen. Du, da unten verschwindest mal ganz schnell. Danke. Und ich will meine Zuschauer nicht mit Warten strafen. Oder mit Lügen. Bin mal ich jetzt getroffen in Libelle? Nee. So. Jetzt wieder aufladen. Wie gesagt, normalerweise lasse ich da jedes zweite oder jedes dritte Teil links liegen. Weil, äh, ja, hier kann man auch den Coil verwenden. Weil eventuell für mehr Dichtgänge, für mehr Dichtgänge, ja. Und hier kann man entweder warten oder man macht es riech und ist dumm, ja. Oh, danke. Oder man macht es riech und ist schnell. Riesenheilie. Das war jetzt natürlich dumm, dass er ein Leben ausgespuckt hat. Oh. Weil, äh, jetzt habe ich nichts für weitere Dichtgänge liegen lassen. Oder kaum etwas. Das ist leider ein kleiner Haken an der ganzen Sache. Aber nun gut, ich schaffe es auch so. Da glaube ich fest an meine Megaman-Skills. So, und noch einen Helmy, B-Tool. So. Dieses Teil wird böse. Weil es sich wegrollt. So, ich habe jetzt, glaube ich, volle Energie. Ja. Jetzt kommt der letzte Gegner, Crash-Man. Oh mein Gott. Der ist doch nicht besonders leicht. Natürlich gibt es auch gegen ihn die passende Technik, aber... Nicht jede Technik kann man gut einsetzen. Da, deswegen, weil er einfach so springt, weil er Bock hat. Das macht er ihm manchmal. Deswegen werde ich gegen ihn hier wahrscheinlich in einen E-Tank ziehen müssen. Oder, Moment, ich sehe gerade, der verliert auch zwei Striche pro Schuss. Na gut, X-Tay-Tank, so. Sorry. Was ist los? Meine Stimme ist schon wieder so kratzig. Rake-Man! Ja, denkt euch jetzt nicht, dass er so übermäßig ist, weil er ist einfach nur gegen jede Waffe Emu, die wir besitzen. Also, jede Waffe treibt ab. Ich kann es mal demonstrieren. So. Wie gesagt, passt der Univine, aber ein bisschen was will ich ja auch so zeigen. So, und er ist tot. War ganz schön leicht. Bamo, right after we receive the last element. Wiley, renn off with Gamma. Ja, vielleicht sollte ich die Geschichte auch noch erzählen. Ja, da ist er. Und da rechts hinten sieht man schon das Schloss. Oh, Dr. Wilde, du wieder mit deinem UFO. Ja, und mach wieder auf. Und mach wieder die Augenbraue. Oh Mann. Ich schiebe das Teil so sehr in den Arsch. Das glauben wir, das... Aber nun gut, lassen wir es mal. Ich sollte vielleicht mal die Geschichte erzählen zum Mega Man. Also, soweit ich mich erinnere, geht es um einen mächtigen Roboter, der Gamma Man heißt. Dieser Roboter sollte Frieden auf die Welt bringen. Und der ist nachher von Dr. Wiley gestohlen worden. Also, ich weiß nicht, ob Dr. Wiley und Dr. Lighting gemacht haben. Oder wer ihn überhaupt gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall geht es um diesen Roboter. Wie man hier schon gesehen hat, Wiley, renn off with Gamma. Also, er hat Gamma gestohlen und ist abgehauen. Dieser Roboter ist mächtig genug, den Weltfrieden zu bringen. Oh, passt doch nicht, darf der Leiter nicht durchschaden. Und ja, Wiley hat ihn sich geschnappt, weil er natürlich auf Welteroberung aus ist. Und dadurch hofft er jetzt, die Welt erobern zu können. Ja, hier kann man auch auf eine sichere Methode. Man hätte einfach drüben auf der Leiter bleiben müssen, dann hätte es geklappt. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall Dr. Wiley stoppen. Ja, das hier ist auch böse. Weil ohne den Rush-Jet kommt man hier nicht weiter. Auch, warum schiesse ich überhaupt auf dich? So, wieder mal erscheinende Blöcke, wieder mal einfacher denn je, meiner Meinung nach. Ja, echt leicht. So, da oben ist Energie. Na gut, ich wollte Rush-Jet eigentlich nicht so verwenden, aber vielleicht brauche ich ihn noch. So. Und wo geht es jetzt hin? Nach unten? Oh, was ist denn das denn Teil? Naja, das sind natürlich die Wiley-Stages-Bosse. Wow! Und natürlich haben auch diese Gegner Schwächen gegen die Waffen von einigen Mans. Der hier zum Beispiel hat Top-Man als Schwäche. Aber ich finde, der ist auch so leicht besiegbar, weil er hat an sich nichts drauf. Wenn man ein bisschen wartet, dann... Ja... Mag... Toll, jetzt mag das nicht toll, der Vorführeffekt. Ja, wenn man ein bisschen wartet, dann schießt er eben seinen Panzer weg. Dann schießt die Schildkürt den Panzer weg. Also, dann bleibt der Panzer auf der Strecke, sozusagen. Und dann wäre das alles kein Problem. Ja, aber nun gut. Der Boss war easy peasy. Jetzt geht es weiter zum nächsten. Diese Musik ist auch eigentlich ziemlich schön, aber ich finde sie recht langweilig. Sonders gerade. Das muss ich mir später im Video nochmal angucken, denn ich glaube, ich habe immer einen Glitch gemacht. Und hier sieht man wieder diese Teile, ja, überall Stacheln. Und wieder diese Westen, Fienen, Westen, was auch immer. Mit denen will ich mich nicht anlegen, deswegen glitche ich sie gleich weg. So, nochmal so eine Wespe. Und hier braucht man jetzt auch wieder Rushjet. Also, dieses Spiel, was da umgewandt, ist so ziemlich unmöglich. Und hier haben wir noch einen E-Tank. Und da haben wir eben noch einen E-Tank. Jetzt bekommen wir den richtig hinterhergeschmissen. Das hatte ich ganz vergessen. Ich bin richtig lust, dass wir so viele E-Tanks bekommen. Also, ich weiß es ja, aber ich habe es jetzt verdrängt gehabt. Und hier sieht man schon, ja, altbekannte Rückkehr. Yellow Devil taucht wieder auf. Von Mega Man 1. Ich habe natürlich auch Mega Man 1 gespielt. Nicht Let's Played. Aber Mega Man 1 habe ich mir später irgendwann auf dem Flurmarkt gekauft. Weil ich habe natürlich zuerst Mega Man 3 gesessen. Und da war dieser Gegner schon die Hölle, damals als Kind. Natürlich, wie ich manchmal so drauf bin, lerne ich mich tatsächlich richtig auswendig kennen. Und den Entwickler dafür Skill. Genauso wie für diesen Gegner. Den habe ich ja als Kind so oft gemacht. Da habe ich so viel Skill gefressen. So, und jetzt? Ja, scheiße. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Nein. Na gut. Aber auf jeden Fall später habe ich mir den Mega Man 1 auf dem Flurmarkt wieder gekauft. Genauso wie ich es neulich bei Donkey Kong 64 gemacht habe. Und ja, da habe ich Mega Man 1 gespielt. Und das war schon ein himmelweiter Unterschied zwischen diesem und dem ersten Teil. Weil der Schwierigkeitsgrad allein sch... Wow, ich dachte ich werde getroffen. Shit, das war dumm. Der Schwierigkeitsgrad alleine ist schon ziellich die Hölle von Mega Man 1. Und was auch noch schlimm ist, da hat man nicht mal E-Tanks. Und das genau macht es so schlimm. Also wenn man E-Tanks hätte, im ersten Teil wäre es nicht so schwer. Na, da muss man alle Gegner... Denn da gibt es nicht 8 Bosse, sondern nur 6. Da muss man vier, der 6 Bosse muss man hintereinander schaffen. Und dann auch noch Wily. Und das ist ziemlich schwer. Auch für einen erfahrenen Mega Man-Spieler ist das echt die Hölle. Ich werde natürlich versuchen, diese Musik finde ich schön. Und da muss ich jetzt abpassen. Normalerweise wäre es dieser Gegner leicht auszutrittsend, indem man einfach mit dem Shadow Blade nach oben schießt. So, da muss ich jetzt auch ein bisschen warten. Weil man sollte schon den Skill, den man irgendwie hat, auch zeigen. Gut, ich habe irgendwie verdrängt, dass das irgendwie... Ja, ich halte das schwere in Erinnerung. Deswegen habe ich mir hier eigentlich umsonst E-Tanks gefarmt. Aber es kommen ja auch noch die Grade 8. Und die muss ich natürlich auch Alabaster-Oni schaffen. Und Dr. Wily kommt dann auch noch. Also, vielleicht reißt sich mein Maul wieder zu weit auf. Das ist es niedlich, immer mal wieder E-Tanks zu haben. So, da oben kann ich leider auch nicht ran. Aber ich will euch mal zeigen, was drin gewesen wäre. Okay, ein Leben und noch ein Leben. Darf ich natürlich jetzt beide nicht haben, weil ich darf keine Hardnackle verwenden. So, Megamans. Shit. Mit der Snake-Waffe ist dieser Gegner echt leicht. Au, gut dieser ist. Und draufhalten. Wer ist der Nächste? Ist schon wieder er. Ja, die wechseln immer mal wieder. Das ist immer ein anderer. An sich sehr leicht. Selbst Buster-Oni. Ja, dieser Gegner hat das Schwache. Als Schwache, genau. Als Schwäche Snake-Mans-Waffe. Ja, den Coil kann ich mal auffreschen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn noch brauche. So, du bist ein lustiger Gegner. Weil der schießt riesen Klumpen Steine. Und die tun natürlich verdammt weh. Oh, danke. Bin nix. So, da muss ich nahe dran sein. Damit ich auch später genug Platz zum Ausweichen habe. Also, so ein Hauch von No-Death-Run, das war shit. Oh, das war sogar ganz gut. Habe ich noch nie geschafft. Also, ich schaffe es auch schon, mich von diesem Gegner nicht zu treffen lassen. Aber ich habe es noch nie auf diese Methode geschafft. Ich habe so leichten Skill an No-Death-Run, aber No-Death-Run hier ist doch ziemlich, ziemlich schwer. Und sollte nur von einem wahren Süchtling getestet werden, so wie ich früher mal war in Mega Man 3. Mit meinem früheren Skill, nicht dem von heutzutage, hätte ich es garantiert geschafft, einen No-Death-Run hinzubekommen. Also, nicht nur einen No-Death-Run, sondern einen No-Hit-Run hätte ich sogar geschafft. Shit! Da hat er jetzt einen mega fetten Sprung gemacht. Also, ein No-Hit-Run in diesem Spiel grenzt echt an Absurditäten. Also, es ist absurd vielmehr. Nein! Zum Glück habe ich den Slide noch gebremst. Das ist Needleman, das Positiv an ist, man kann ihn fast immer treffen. Das ist, äh, nee! Jetzt kommt schon Needleman, stell dich mal nicht so an. Du bist doch eigentlich leicht. So. Ein bisschen Energy. So, mal überlegen, wer so drin ist. Gut. Nein! Ja, wenn man so auf nahe Distanz ist bei ihm, muss man aufpassen, wenn er auf einmal wie wild das Schild hier macht. Ja, so auf weite Distanz ist das uninteressant. Aber so auf nahe Distanz ist das schon etwas schlimmer. Weil, wenn man da nicht aufpasst und er springt auf einmal nach oben und macht seine Magneten, dann kann man da, wenn man nicht genug aufpasst, ziemlich eine reingewügt bekommen. So. Fast volle Leben. Nächster Gegner Germany, man. So. Shit, ich hab's vergessen. Okay, da mal. So. Muss jetzt wieder in den Rhythmus reinkommen. Schaffe ich aber relativ schnell. Wow. Vor allem der Glitterist Simon wird sich wahrscheinlich freuen, wenn er sich das angucken kann. Weil der ist ja auch so meiner... Er ist ja auch so ein bisschen mein Kaliber von wegen... Au. Ein Spiel, muss man... In einem Spiel, wo man ein Skill hat, muss man es auch beweisen, dass man ein Skill hat. Also sprich ich in Mega Man 3. Spring mal. Er auch in anderen Mega Man spielen. Au. Da hat er mich doch nochmal getroffen. War nicht so nett. Okay, dann werde ich zuerst Top Man machen, dass ich ein bisschen Lebensenergie mehr bekomme. Ich werde natürlich versuchen, so wenig wie möglich E-Tanks zu ziehen. Ja. Muss ich natürlich auch aufpassen. Ja, aber einige Gegner sind echt leicht No-Hit-Run. Einige hingegen sind ziemliches Hammer-Massaker. Hammer-Massaker von Halo Reach. Das war jetzt zwar eigentlich unbewusst gesagt, aber egal. Vielleicht zum Miss Chatterman, zu denen gehe ich ganz zum Schluss. Oh scheiße, das ist Spatman. Nein, das ist Megman. Gut, gut. Den wollte ich. Was dumm ist, ich kann nicht ausreichen. Ah. Ja, ihr seht schon, seine kleinen Schlangen kann man auch vernichten. Und der Hund. Winsel. Jetzt nicht Hund. Ich will jetzt keine Pause einlegen. Weil ich habe das Spiel sowieso bald geschafft. Ja. Frage ist, welcher Gegner ist noch leicht? Spatman. Wenn ich Glück habe, dann macht der Spark-Shop von ihm nicht so viel Schaden. Äh, gut, fast volle Lebensenergie. Das heißt, ich kann jetzt doch zu hart nehmen. Gut, jetzt sind beide Hände hier. Das trifft sich perfekt. So, einmal kurz ausgeglichen. Ein bisschen Vorsprung muss sich ergattern. Weil, äh, ja, hier ist weniger Konzentration am Werk, sondern vielmehr Button-Mashing extrem. Und dann kann ich den Gegner nicht drehen. Scheiße. Oh, gut, doch noch geschossen. Denn man sieht, mit Button-Mashing kann man diesen Gegner leicht um die Tonne treten. Denn was macht man am besten gegen einen Gegner, der fast immun gegen alle Angriffe ist? Ja, man Button-Masht. So, jetzt kommt Spatman. Ich hoffe, einfach gegen den verliere ich nicht so viel Lebensenergie. Scheiße, Mann. Bitte bleib. Oh, shit. In einer günstigen Stelle stehen, wollte ich sagen. Aber das ist eine ungünstige Stelle. Da, nein! Ja, toll. Du hast mein Flehen erhöhnt und machst erst direkt das Gegenteil. Ja, toll. Hab doch ein bisschen mehr Lebensenergie verloren als gedacht, aber... Hm, der letzte Gegner, Shadow Man. Hier werde ich höchstwahrscheinlich einen Energie-Tank verbrauchen, weil... Äh, so schaffe ich den nicht einfach so, weil ich jetzt gezögert habe. Vielleicht habe ich ja doch Skill, wer weiß. Immer schön auf Distanz. Au, ich hab's vergessen. Moment, sterbe ich jetzt beim nächsten Schlag? Ich glaube nicht. Ich gehe einfach mal das Risiko ein. Ja, jetzt muss es leider sein. Nein. Das E-Tank-Farment hätte ich mir eigentlich sparen können. Schade. Ah! Aber egal. Ich hoffe, ich hab das Let's Play bis hierhin... Au, trotzdem gefallen. Jetzt rutscht er wahrscheinlich wieder. Ja, war klar. Ich will jetzt kein E-Tank mehr verwenden. Ich muss jetzt Skill zeigen. Nein! Einen Strich noch! Hehehe! Ey, du bist so ein Saftsack. Ein E-Tank verschwendet. Macht aber nichts, weil... Oh, jetzt habe ich nicht aufgetast. Weil ich habe sowieso mehr als genug. Und die E-Tanks waren sowieso größtenteils für die Grade 8 gedacht. Gut, auch ein paar für die Wileys! Für die Wileys vor allem. Für Wileys. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Nein! Ich bin gesprungen. Äh, drückt stark. Auf jeden Fall will ich jetzt ein Game Over vermeiden. Also noch ein zusätzliches. Oh Mann, Shadow Man. Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Und ja, ich bin nicht der Einzige, der Shadow Man hasst. Ich kann mir ziemlich sicher, dass Shadow Man eine ganze Menge Feinde hat. Nicht nur Mega Man. So, jetzt geht es weiter. Da ich ja keinerlei Waffen verwendet habe, muss ich auch nichts aufladen. So, der letzte Gegner. Danke. Wow, großzügig. So. Dr. Wileys. Und da kommt jetzt schon das Teil. Dieses Teil haben wir als Kinder früher mal Nagelmobil genannt. Weil es sich mit Nagel vorwärts bewegt. So, ich muss gleich scheiße reinknüppeln. Hier ist es wichtig, das Teil möglichst früh zu vernichten. So, jetzt wird es unfair. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, so auf Anhieb, dann werde ich, und das kann ich euch jetzt schon sagen, den Rust Jet verwenden. Au. Au, das war dumm von mir. Nein! Oh, gut. Ein Treffer. Das ist wieder auch so ein Konzentrationsding. Jetzt, Aua. Nein, ich will das jetzt so schaffen. Ist vielleicht etwas dumm von mir jetzt. Oh, geil. Ein Treffer. Shit. Ja, je näher Ermir ist, desto schlimmer ist das von diesen Bällchen da. Okay. Das war dumm von mir, ich weiß. Jetzt dreht er wieder um. Shit. Shit! Shit! Ich habe das Auge ausgeputzt. Immer noch. Auge. So. Nein, jetzt. Oh gut, wenigstens etwas, weil jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Au, er hat mich mit den Nageln erstocken. Solange ich nur einen Schuss Shit reinbekomme, ist alles in Ordnung. Das waren jetzt, glaube ich, drei Treffer. Na, das war jetzt dumm. Ja. Nein. Vor allem die Teile werden immer schneller, glaube ich. Okay, ich meine zwei Treffer. Nein. Ja, ihr merkt, was da ohne Run ist, dieser Gegner echt die Hölle. Die Hölle zwar nicht, aber er ist echt schwer. Ohne massenweise E-Tanks kommt man hier nicht weiter. Ja, vor allem habe ich diesen Gegner noch nie so gespielt. Man merkt das vielleicht. Äh, ja, denn ich verwende hier immer den Rush-Jet. Damit ich genau vor ihm fliegen kann. Und dann mache ich immer den größten Damage aller Zeiten. Shit. Ja, dumm. Hier kann ich kaum ausweichen. Okay. Zwei Schüsse noch. Dann habe ich diesen Gegner zum ersten Mal Basta und Link geschafft. Ohne Rush oder sonst irgendwas. Das war schon geil. So, Dr. Wily. Oh, was? Ja, es ist ein Roboter. War ja natürlich logisch. Oh, ausgerechnet jetzt werde ich angerufen. Kurzen Moment. So. Da bin ich wieder zurück. Fick dich, Maus. Ja, da oben ist ein Intank, da kommen wir einfach nicht dran. Ihr merkt, meine Laune ist jetzt am Arsch. Was einzig und allein da anhängt, weil ich angerufen wurde. Ich wollte dieses Let's Play eigentlich ohne Pause durchspielen. Gut, ich habe sowieso meine Hand runtergesagt. Äh, jetzt nicht. Ich rufe jetzt immer ein paar Minuten zurück, aber, nun gut. Das heißt, es sind jetzt gerade mal ein paar Sekunden vergangen. So, dieser Gegner hier ist man auf andere Waffen angewiesen. Also, Rush. Also, anders geht es hier nicht. Denn wie ich euch jetzt demonstrieren werde, ja, Legament Schuss breit ab. Auch hier, wenn man Rush verwendet, breit auch ab. dieser erste Kopf hier, der da, der kleine da, ist anfällig gegen zwei Waffen. Einmal Hardman und einmal Shadowman. Ja, mit Shadowman kann man zum Beispiel unten stehen und ihn fertig machen. Das kann ich jetzt mal ruhig demonstrieren. weil jetzt muss ich es. Da kann man es entweder so machen oder eben so mit dem Hardman wie ich es eben gemacht habe. Oder man kann es eben so machen. So, und jetzt verschwindet er, obwohl er noch die Hälfte der Energie hat. Dr. Wiley erst zu blicken und jetzt kann ich es ruhig demonstrieren. Jede Waffe breit ab. Also, auch fast jede. dann testen wir noch den anderen. Spark. Natürlich hat er jede Waffe mit dem wir ihn einfach so treffen könnten. Nur zwei Waffen haben Wirkung gegen ihn. Einmal ist Surge Snake. Ja, hoppla. Moment, ich kann ja jetzt auch Rush zeigen, dass der abtragen würde. Schieß mal Rush auf ihn. Oder Topman hier. Allerdings mit Topman ist das alles irgendwie dumm. Guckt es euch an. Ja, fast one hit. Aber das war mein Let's Play zu, äh, mein Let's Replay zu Mega Man 3 am Stück durchgespielt. Eine Stunde und 33 Minuten, weil ich noch ein bisschen gezeigt habe und auch ein bisschen gefehlt habe. Ja, ist Dr. Wiley? Oh no, too late. Ja, und ich hoffe, der Epilog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Let's Play. Mega Man, ihr regained conscientiousness. Ich fand ihr lying hier wenn ich arrived. untertitelung, Und jetzt sehen wir nochmal alle Robot Master Nummer 17, Needleman. Ah, das war mein Let's Replay zu Mega Man 3, mein Lieblingsspiel auf der ganzen Welt. Es ist wirklich geil. Jeder, der Mega Man auch nur irgendwie gern hat, oder jeder, der auch nur irgendwie Mega Man damals gesehen hat, als Anime-Serie oder sonst irgendwas, der muss dieses Spiel einfach spielen. Teilweise ist es schon echt übel und sehr schwer, aber dann ist die Freude nachher, wenn man es schafft, umso größer. Aber vor allem so wie ich es jetzt gespielt habe, im größten Teil Master Only Run, ist dieses Spiel echt eine richtige Herausforderung. Für das E-Tank Farmen entschuldige ich mich nochmal. Ich habe nicht mehr in Gedanken gehabt, dass danach am Ende so viele E-Tanks liegen und dass ich da vor allem so leicht durchkomme nachher. Deswegen war das eigentlich alles über für sich. Aber nun gut. Trotzdem ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Es ist nicht umsonst mein Lieblingsspiel auf der ganzen Welt. Mein zweitliebstes Spiel auf der ganzen Welt ist Halo 2. Und an gleicher Stelle, muss man fast schon sagen, ist Halo 3. Also da muss man was sagen. Nintendo ist nicht umsonst, wie soll ich es mal sagen, der König der Vergangenheit, was Konsolenspiele betrifft. Mittlerweile haben sich andere Ungeziefer auf diesem Markt eingemischt, wie Sony mit der Playstation und Microsoft mit der Xbox. Also meiner Meinung nach haben die eigentlich nichts zu suchen dort. Aber nun gut, kann jeder halten, was er will. Es gibt ja auch teilweise ein paar gute Playstation-Spiele. Mir ist ja das noch nie an so einem Weg gelaufen. Ich finde fast alle Playstation-Spiele scheiße. Xbox-Spiele finde ich generell alle ziemlich bekloppt. Außer die Halo-Serie. Also Halo 2, Halo 3, Halo Reach und so weiter. Ansonsten ist für mich Nintendo der unangefochtene König der Computerspiele. Und mit Capcom hat es natürlich einen guten, treuen Vassal an der Seite. Weil Capcom hat viele gute Spiele gemacht. Nicht nur die Mega-Mitman-Spiele, auch Resident Evil, glaube ich. Und andere gute. Aber naja. Das hier war mein Let's Replay zu Mega Man 3. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zugucken, wie ich beim Spielen. Gebt mir Feedback, was könnte ich eventuell noch besser machen. Was wären Spielewünsche, was soll ich spielen. Oder falls ihr mal ein Let's Play Together mit mir vorhabt, dann meldet euch einfach bei mir per PM. Ich werde dann größtenteils das ganze andere Zeug besorgen, weil da habe ich auch schon ein paar Ideen. Und abonniert mich, ja abonniert mich, weil das ist sowieso alles kostenlos. Ich brauche mehr Abonnenten, weil die Zuschauervielfalt ist dann natürlich grösser und mehr Leute würden sich mehr Spiele wünschen und mehr Togevers, wie auch immer. Und natürlich mache ich auch Werbung für kleinere YouTuber. Ich stelle deren Kanäle vor, zum Beispiel bei meiner Bloody Platina Vlog. Und ja, solche Challenges gibt es natürlich öfter. Also abonniert mich, das ist natürlich kostenlos, auch wenn ihr die Videos nachher guckt, ist das alles kostenlos. Und damit werdet ihr mir eine riesen Freude machen und ihr werdet mir natürlich auch helfen. Und euch wäre natürlich dann auch geholfen. Und ansonsten bleibt mir hier jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Mega Man 3 ist eines der besten Spiele aller Zeiten mit einem unglaublich genialen Soundtrack. Und kommt natürlich auf meinem Zweitkanal, der Onkel Wolf, vorbei und an meinem Gemeinschaftskanal mit Freunden Zockersofa oder das Zockersofa. Aber ich werde die Videobeschreibung wahrscheinlich dazu verwenden, um Informationen über Mega Man 3 preiszugeben, weil dieses Spiel hat es wirklich verdient. Es ist echt genial. Es ist wirklich so gut. Aber ich könnte noch Stunden lang hier sitzen und über dieses Spiel Lobhymnen singen. Deswegen belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Das war Let's Replay. Mein erstes Let's Replay. Es kommen ja noch mehrere, das habe ich aufgezählt. Und mein erstes Let's Replay zu Mega Man 3. Ich freue mich schon auf die anderen. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Für dich.